Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Ja, dieser Meinung ist auch TV-Sternchen Laura Müller, wie sie auf Instagram schreibt. Doch mit ihren Fans teilt die 21-Jährige dann doch den ein oder anderen Schnappschuss vom Traumurlaub in der Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. An ihrer Seite ist natürlich ihre große Liebe. Schlagersänger Michael Wendler. Und das traute Duo genießt die Zeit in Las Vegas sichtlich in vollen Zügen. Ob sie durch ein künstliches Venedig schlendern, vor ägyptischen Skulpturen posieren oder auch ihr Glück im Casino versuchen. Laura glänzt stets an der Seite ihres Michers. Meist darf es hierzu ein kurzes Kleidchen sein, extra hohe Heels und auch die Sonnenbrille lässt Frau Müller ungern daheim. Ja, das ehemalige Covermodel des Playboys hat den amerikanischen Lifestyle durch und durch verinnerlicht. Denn da zählt ja bekanntlich in allen Lebenslagen das Motto Mehr ist mehr. Und das zeigt die Wahl-Amerikanerin auch gerne ihren Followern. Zum Schluss der kleinen Fotokollage beweist die Brünette zudem noch Schlagkraft am Box-Simulator und sendet anschließend mit den Worten Love you my love zu Deutsch Ich liebe dich, mein Liebster noch eine zuckersüße Liebeserklärung an ihren Ehemann. Ja, sie liebt den DJ beziehungsweise den Schlagersänger. Und das dürfen alle sehen.